Hallo liebe Freunde der Orgelmusik, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Zum Jahresauftakt hatte ich ja ein Bum-Bum-Posludium von Siegfried Karg-Ehlert gespielt. Und ich dachte, ich könnte auch nochmal ein anderes Stück von ihm spielen, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Nämlich ein Choralvorspiel über Ach, bleib mit deiner Gnade. Das ist ein ruhiges Trio und ja, die Melodie, die erkennt man da drin kaum. Da habe ich gedacht, dann spiele ich hinterher nochmal ein Choralvorspiel von Max Reger. Daher klingt die Melodie schön im Sopran, ganz deutlich. Die linke Hand macht das übliche Regersche Mittelstimmengenudel. Damit viel Spaß, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020